Hallo es ist wieder soweit ich moderiere wieder den Hamburg Band Contest präsentiert von Oxmox hier in der großen Markthalle von Hamburg und es gibt etwas besonderes weil das ist nämlich mein 10. Oxmox Hamburg Band Context. Kontext. Hier ist die Betauernde Justine wieder und die managt das hier heute alles mit dem Oxmox und sie sagte die Pizza kommt erst später dieses Jahr. Wir essen ihm alles genau und vor um sieben dann werde ich auf der Bühne stehen. Raffiniert gemacht. Backstage kocht schon die Stimmung. Okay die Stimmung die müsst ihr jetzt noch hoch spielen das ist so es geht los. Herzlich Willkommen zum Hamburg Band Contest finale. Wir feiern 40 Jahre Oxmox until we die. Oh wie lieb Justine ihr habt auf mich gewartet noch keines angebrochen. Was ist da? Das ist aber merkwürdig. Ich fang jetzt an. Wie was macht ihr denn da? Seid ihr Kermit und die Miss Piggys? Nein wir sind Mr. Potei. Miss Piggys. Zeig doch. Hi. Wir sind Potei Spott. Willkommen aus Schweden. Mein Scherz aus Hamburg. Hallo. Aber nur holiness mit dem oderdi. Ich zeig auch nicht. fullness inional 6a. Ich sollst ja das heute weiterholen. Das heißt. Boah qué realized. Chef ist da. Und? Und Steffi ist auch hier. Die ist gar nicht mehr so groß. Aber sie ist trotzdem hier. Hier ist die Band. Jungs, ich wollte euch eigentlich nur vorstellen. Das ist die Band B104. Warum habt ihr das? Und? Und ja. Es gab mal einen Monat und wir haben es halt dafür ausgegeben. Alles klar. Ja. Wenn du das Läger sehst, dann bleib mir. Bleib mir doch wenn die Läger seht, dann bleib mir. Bleib mir. Wenn du das Läger sehst, dann bleib mir. Bleib mir. Wenn du das Läger sehst, dann bleib mir. Wenn du das Läger sehst, dann bleib mir. Und zwar teilen sich zwei den dritten Platz schon gleich. Und auf Platz 3 zum Beispiel Elika! Elika auf Platz 3. Und jedenfalls auf Platz 3. Klänge Pluto! Yeah! Platz 2. Ben Meiko! Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch! So, Achtung, Grüß dich also zu. Oh Gott, ich bin hier schon völlig erinnern. So. Auf Platz 1. Ich möchte mich noch einmal persönlich an das Oxmox-Team bedanken. Ey, das war heute mein zieltes Jahr, meine zehnte Veranstaltung hier beim Oxmox-Team. Auf Platz 1. B 104. Glückwunsch, nein, Glückwunsch, so geht es nicht aus. Ihr könnt es ja nächstes Jahr auch wieder hören. So, jetzt kommt es mal gut nach Hause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Fuckball! Yeah!